hallo und herzlich willkommen liebe youtube community youtube und fans froh weihnachten wie ihr seht schon festlich geschmückt hier ja ihr wisst gewinnspiel steht noch an dass die auslosung legen wir jetzt auch direkt los wie ihr noch hoffentlich wisst war zu gewinnen zwei booster hier cosmo blazer und galactic overload plus eine kartenpackchen durch selber gemacht habe für den ersten platz dann für den zweiten platz hier zwei galactic overload booster plus ein kartenpackchen und wie ihr noch wahrscheinlich auch wisst von letztem video gesehen habt noch immer das kitkat für den dritten platz gesponsert von shadow coon aka shadow boone wer das video gerät wird wissen was ich meine ja die werden wir jetzt hier verlosen und raushauen als weihnachtsgeschenk für euch und ja lieber direkt los haben wir direkt mal den zweiten platz haben wir direkt mal rein hier so dazu habe ich die box mit wie immer jede menge zettel war nicht so viele mitgemacht haben es war ein paar knapp 60 was es waren glaube ich oder paar mir aber leider habe ein paar vergessen zu abonnieren und ich habe gesagt ihr müsst abonnieren und liken also ja so ich einfach mal hier wahllos rein und irgendeiner bleibt hängen nehmen wir den hier das ist der gewinner zweiter platz ist das ist das veteran 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 schindri schindri ich hoffe es richtig ausgesprochen veteran schindri genau alles klar so herzlichen glückwunsch du hast den zweiten platz gemacht applaus die menge tut und ab geht es so dass wird dir wie gesagt mit post zugeschickt brauche ich noch deine adresse wäre sehr cool wenn du mir eine pn schreibst mit einer adresse keine angst kommst keine rechnung oder so oder ein abo bekommst du dieses päckchen hier mit dieser zwei booster galactic overload und hier dieses karten päckchen so das war der platz zwei so geht direkt weiter hier mit dem hauptpreis platz eins legen wir direkt los shake 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 die title box und deckel bleibt drauf ich greife rein ja da fliegt halt weg deckel so und random zack da haben wir platz eins trommelwirbel es ist memble damble herzlichen glückwunsch du hast platz eins gerobbt applaus ja leider bin ich alleine ist keiner da diesmal kein channel moon hat nicht hat nicht viel zeit momentan aber ist ja auch weihnachten ist klar da hat man viel zu tun ja wie gesagt gewinnspiel wäre eigentlich schon ein bisschen früher gekommen aber ich hatte auch ein bisschen stress noch weihnachten halt ihr wisst ja wie es ist ja als glückwunsch memble damble auch für dich dasselbe bitte adresse damit das auch dir zukommt so dann haben wir hier noch unseren trostpreis den platz drei den werde ich natürlich auch noch verlosen das war kein scherz das machen wir wirklich so dann schauen wir hier ein leckeres kitkat bekommt frisch mit der post so und wuschel 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 so da habe ich einen und das ist der snake 99464 hat ein leckeres kitkat gesponsert von shadow moon gewonnen ja auch selber für dich herzlichen glückwunsch ja deine adresse brauche ich dann dass ich das auch dann zuschicken kann ja leider wie ich geplant hatte dass ich es dann das ist an weihnachten bekommen wird glaube ich nicht hinhauen da ich eine vergessen hatte dass an weihnachten der postverkehr ziemlich hoch ist und da wird wahrscheinlich die chance nicht so hoch sein dass ihr es rechtzeitig bekommt aber wie gesagt herzlichen glückwunsch für die gewinner erst mal alle anderen tut mir leid habt ihr leider kein glück gehabt nächstes mal vielleicht werde wieder gewinnspiele machen kein problem einfach abonniert bleiben für alle anderen die zu spät am gewinnspiel teilnehmen das zu spät gesehen haben oder teilnehmen wollten beim nächsten mal versuchen am besten jetzt schon abonnieren bekommt das auch rechtzeitig mit ja es folgt auf jeden fall jetzt noch ein trade binder das habe ich mir jetzt auf jeden fall vorgenommen ich habe jetzt schon ein paar mal vorgeschoben immer gesagt ich mache einen tut mir echt leid aber es ist echt ja eine menge jetzt eine menge zu machen bei diesem bein da immer ich habe echt viel zu euch deswegen habe ich da meistens keinen bock mehr gehabt aber ich mache es jetzt auf jeden fall lange rede kurzer sinn ihr wisst ja wer das ja ansonsten wünsche ich über die feiertage schon mal frohe weihnachten haut da rein trade binder wie gesagt kommt euch noch und ja lasst es euch gut gehen in der familie freut euch auf jeden fall schon mal außer den trend binder freut euch auf phasen an silvester wird wieder was gesprengt wir haben schon ordentlich zugelegt an sachen an knallern und sonstiges also richtig brutaler scheiß wird lustig also freut euch haut da rein dank zuschauen und ja peace out see ya ja ja